Stefan Mross sang vor ein paar Tagen mit seiner Partnerin Eva Luginger gemeinsam auf der Bühne. Dabei wollte sie genau das eigentlich vermeiden. Stefan Mross, 47, und seine Freundin Eva Luginger, 35, legten vergangenen Sonntag beim Auftakt seine immer-wieder-Schlagertour in Balingon überraschend einen gemeinsamen Auftritt hin, wie die Bild berichtet. Von Schmachtendenblicken und Liebesfunken zwischen den beiden ist die Redepunkt, doch geplant war der gemeinsame Auftritt wohl nicht. Eva, die ebenfalls Schlagersängerin ist, gehört nicht offiziell zu den Künstlern, die bei Stefans Tour mit dabei sind. Laut des Moderators war der Ausfall einer Kollegin der Grund für Evas Auftritt. Normalerweise wäre die bayerische Schlager-Ikone Nicke mit auf der Bühne gewesen und hätte mit mir gesungen. Doch durch eine kurzfristige Erkrankung von ihr sprang Eva ein Punktpunkt das Paar tritt erstmals als Schlager-Duo auf, doch das wollte sie nie. Werden Eva Luginger und Stefan Mross doch noch das nächste Traumpaar des Schlagers? Eigentlich wollte die Sängerin nicht den Platz ihrer Vorgängerin Anna-Karina Wolczak einnehmen, tat es bei einem Konzert in Balingon nun aber doch. Eigentlich wollte sich Schlagersängerin Eva Luginger, 35, als Partnerin von Stefan Mross, 47, im Hintergrund aufhalten. Andere sollten nicht denken, dass sie nur der Karriere wegen mit dem Immer-Wieder-Sonntags-Moderator zusammen ist, erklärte Luginger im April 2023 noch gegenüber BILD. Nun hat sie ihre eiserne Regel gebrochen. Eva Luginger bricht eiserne Regel für Stefan Mross. Jahrelang galten Stefan Mross und Anna-Karina Wolczak, 30, als Schlager-Traumpaar, begeisterten als Gesangstur bei Konzerten oder in großen Samstagabendshows wie der von Florian Silbereisen, 42, bis zu ihrem offiziellen Liebeshaus im November 2022 nach sechs Beziehungs- und zwei Ehejahren. Im Frühjahr dieses Jahres wurde Eva Luginger die neue Frau an der Seite des Star-Trumpeters. Die Sängerin hat einen ähnlichen Werdegang wie ihre Vorgängerin, wie sie selbst im BILD-Interview sagte, war ein Jahr vor Wolczak in der siebten Staffel der RTL-Castingshow Deutschland sucht den Superstar zu sehen. Gemeinsame Auftritte mit ihrem Liebsten waren deshalb für sie tabu. Ich möchte nicht, dass spekuliert wird, dass ich nur wegen meiner Karriere mit Stefan zusammen bin, erklärte Luginger ihre Entscheidung. Doch dann kam der 1. Oktober. Auf der Bühne der Stadthalle Balingen im Rahmen von Stefan Mross immer wieder Schlager-Tour tauchte auf einmal Eva Luginger auf. Gemeinsam mit Stefan legte sie erstmals seit der Bestätigung ihrer Beziehung ein Duett hin, wie Aufnahmen, die BILD vorlegen, zeigen. Laut der Zeitung soll sich das Paar während des Auftritts tief in die Augen geschaut und angeschmachtet haben. Lugingers Auftritt mit Mross war nicht geplant. Eigentlich sollte Ex-Anna Karina Wolczak an der Tour teilnehmen, um mit Stefan Mross liebes Duette zu performen. Die 30-Jährige wurde nach der Trennung durch Schlagersängerin Niki, 56, ersetzt. Doch auch sie fehlte an dem Abend im baden-württembergischen Balingen, der Grund, weshalb Eva auf die Bühne kam. Stefan Mross erklärte gegenüber BILD, normalerweise wäre die bayerische Schlager-Ikone Niki mit auf der Bühne gewesen und hätte mit mir gesungen. Doch durch eine kurzfristige Erkrankung von ihr sprang Eva ein. Es war also nicht geplant, Logine half lediglich aus. Ob es nun doch öfter zu gemeinsamen Auftritten kommt, bleibt abzuwarten. Stefan Mross Freundin wollte eigentlich die Frau im Hintergrund bleiben. Dabei hatte sich Eva noch vor wenigen Monaten öffentlich geschworen, niemals in die Fußstapfen von Stefans Ex-Anna Karina Wolczak, 30, zu treten. Ich will bei Stefan die Frau im Hintergrund bleiben und mich um alles kümmern. Ich habe ja einen ähnlichen Werdegang wie meine Vorgängerin und möchte nicht, dass spekuliert wird, dass ich nur wegen meiner Karriere mit Stefan zusammen bin, sagte Eva im April. Bevor Stefan und Anna Karina sich im November 2022 trennten, wollten sie ursprünglich gemeinsam auf Schlager-Tour gehen. Als weiblichen Ersatz für seine noch Ehefrau ist nun Niki mit dabei. Zumindest bei den letzten Auftritten schien Eva nicht auf der Bühne gewesen zu sein. Die gemeinsamen Veranstaltungen mit Stefan häufen sich allerdings. Im Juli trat er bei Evas Schlager-Nacht auf. Damals ersang er aber noch alleine.